moin zu kingdom hearts 3 weiter geht es mit den glücksembleme und ja ich möchte euch hier gerne noch weiterhelfen hier in dem spiel mal gucken was alles sich noch so ergibt und ja ich wünsche euch viel spaß weiterhin hier bei diesem spiel hier haben wir das erste glücksemblem hier bei dieser treppe das könnt ihr gar nicht verfehlen hier bei den ganzen säulen am hauptplatz da gibt es ja eben halt diesen zerstörten weg dort findet ihr bei den trümmern eben halt das nächste glücksemblem dann haben wir ein themen aussichtspunkt da findet ihr eben halt hier oben an diesen tempel da oben da findet ihr auf jeden fall hier unten an diesen treppenweg das nächste emblem dann haben wir in themen im punkt der gärten also dort den speicherpunkt da habe ich einfach meinen schnellen zeitraffer reingesetzt um euch schnell da dort den weg hinzuzeigen nochmal schnell hin gerusht und dort drüben an der wand haben wir das nächste ja jetzt geht es nach draußen in olymp und dort gibt es eben halt später zwei abzweigungen hier diesen einen weg wo es eigentlich theoretisch auch weitergehen wird nach oben finden wir an der säule das weitere emblem und nun nehmen wir die andere abzweigung wo es eigentlich richtung sackgasse gehen sollte hier kommen eigentlich auch normalerweise auch monster also die herzlosen und hier oben findet die eben halt so an der wand wo dieser kleine wasserfall ist das weitere glücksemblem so weiter nach oben haben wir ja eben halt diesen spalt da laufen wir einfach hier an dieser klippe und unten finden wir das weitere emblem so jetzt geht dann weiter nach oben zum olymp hier wohl schon regnet und gewittert ist er immer dieser baum und da haben wir das weitere emblem jetzt sind wir beim reich der götter korridore hier sind jetzt mehrere embleme versteckt einer ist ganz einfach der ist hier so bei den treppen des weiteren müssen wir jetzt nach oben hier in diesem raum sind eigentlich auch herzlose habe ich aber erstmal schnell erledigt und hier da beim krug finden wir das weitere ein weiteres befindet sich unten hier müssen wir den eben halt den anderen fahrt gehen und dann kommen wir zu der abgelegenen schmiede da bei den ambos finden wir das weitere emblem ja wie ihr seht gibt es außerdem auch eine weitere abzweigung und der führt uns jetzt eben halt zu den letzten emblemen hier bei olympus hier bei dieser rutschbahn ende der rutschbahn sind wir dann eben halt oben auf den wolkengrat hier haben wir jetzt auch noch mit herzlosen zu tun aber mit dem war auch eben halt kurzen prozess und hier haben wir eben halt den letzten emblem ich danke auch für's zuschauen empfiehlt mich weiter hier bei den videos würde mich auf über support freuen weil support ist kein mord und ja ich würde mich echt darüber freuen auch weiterhin wenn ihr bei mir vorbeischauen würdet ich danke auch für's zuschauen bis zum nächsten mal und viel spaß noch bei kingdom hearts 3